Von den Machern von Bundestag 1 bis 17 kommt ein Bundestag, wie es ihn noch nie gegeben hat. Bundestag 18. Der spannendste Bundestag ever. 80% Regierung gegen 20% Kultus und Assis. Wow, das ist so aufregend wie 11 Bayern gegen 2 Kölner mit zusammengebundenen Schnürsämpeln. Die Petra Altmaier gegen eine Wanne voll rohen Mett. Oder die Klitschko-Brüder gegen Hildegard am Bräucher, aber ohne Brille. Bundestag 18. Hört auf zu heulen. Ihr habt die Scheiße doch gewählt.